In dem Video will ich euch kurz was zu unserem neuen Luftfilterkasten für die KN50-2 erklären und bringe jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Den haben wir seit kurzem im Shop bei uns. Der kommt aus dem 3D Drucker. Das Material aus dem wir den gedruckt haben ist PLA. Das ist benzinbeständig. Wir haben den jetzt über mehrere Monate schon in Fahrzeug von uns verbaut und auch getestet. Es besteht also nie die Gefahr, dass der von dem Benzin zerfressen wird, zerbricht oder irgendwas anderes. Also wir haben schon eine Testphase hinter uns. Was kann man zum Luftfilterkasten sagen? Er passt Plug & Play an die KN51-2. Man muss nur eine kleine Veränderung am Benzinarm durchführen, weil der Durchmesser für den Stutzen ist größer. Für Tuningmotoren, dass wir hier mehr Fläche haben im Gegensatz zum originalen Luftfilter und mehr Luftdurchsatz haben. Dadurch ist das Rohr etwas größer und wir kommen näher zum Benzinhahn. Da gibt es folgende Möglichkeit. Man kann den Schlauchstutzen anschrauben. Also wenn er jetzt im Benzinarm montiert hat, der in verschraubbaren, also in einschraubbaren Stutzen mit Messingsieb hat. Der hat meist M10x1 Gewinde und dafür haben wir einen Stutzen mit einer Hohschraube M10x1, zwei Dichtungen und einen Stutzen, der dann im 90 Grad Winkel vom Benzinhahn direkt weg geht, so dass der Benzinschlauch beim Aufstecken näher hier gequetscht wird, sondern seitlich über den Luftfilterkasten am Rahmen lang vor zum Vergaser geht. Ihr könnt aber auch, wenn ihr in Plastikstutzen habt am Benzinhahn, den um eine Rippe kürzen. Das haben wir bei unserer Schwalbe auch so gemacht. Dadurch kommt der Benzinhahn mit einem etwas engeren Radius, aber noch genug Durchflussmenge an dem Stutzen hier vorbei. Reibt aber da natürlich leicht am Luftfilterkasten, was jetzt aber innerhalb von 2000 Kilometern nur eine ganz kleine Oberflächenreibung hatte. Es ist nie durchgerieben oder Schlauch oder irgendwas kaputt gegangen. Anti-Orgi, Alter, fick dich, ey. Das wüssten wir mit der scheiß Bagger da draußen. Schatz, wir sind Nazi. Wir senden aus dem Kosovo hier. Außen aufgeräumt. Ja, der Luftfilterkasten wird wie der Originale über zwei M6-Schrauben montiert am Hauptraum. Dazu haben wir in unseren Kasten nicht das Gewinde aus PLA gedruckt, sondern haben zwei M6-Langgewindemotoren eingeklebt. Oder besser eingedruckt. Dadurch haben wir ein richtiges Gewinde aus Stahl. Was aber nicht ist, dass man den Luftfilterkasten mit 10, 12 oder 20 Newtonmeter anziehen kann. Wir legen bei jedem Kasten einen kleinen Montagehinweis mit dazu, wo in den Newtonmeterangaben mit dabei ist von 5 Newtonmeter. Das müsst ihr jetzt nicht genau mit dem Trimmschlüssel anziehen, sondern ihr könnt das nachgefühl, das Problem ist, wenn es jetzt mal leicht knackt. Also ein ganz leichtes ist nicht, dass der Kasten zerbrochen ist. Das ist recht stabil mit viel Füllung hier unten gedruckt. Aber wenn ihr jetzt mutwillig weiter zieht, kann es natürlich passieren, dass die 6-Kamm-Mutter sich drinnen im Plaste dreht, das ausbricht oder ihr zieht sie sogar durch das PLA durch. Im Normalfall zwischen drei bis fünf Newtonmeter. Das ist jetzt nicht viel, aber es reicht aus, um den Luftfilterkasten festzuziehen. Die Schrauben anziehen und natürlich das Sicherungsblech, was original auch verwendet wird, drunter legen und danach umschlagen. Dadurch können sich die Schrauben nicht lösen und der Kasten und die Locker fällt nicht ab, geht auch nicht kaputt. Wie erst schon angesprochen, das Rohr ist ungefähr 42,5 Millimeter im Indurchmesser. Vom originalen Luftfilterkasten das Rohr ist 32,5 circa in. Dadurch haben wir schon in dem Stutzen ungefähr 70 Prozent mehr Fläche. Zusätzlich haben wir natürlich die Ansaugfläche vom Luftfilterkasten an sich verändert. Beim originalen zwischen 17,5 bis, naja, 18 Millimeter ist das Röhrchen in. Das hier ist ungefähr 2,5 Quadratzentimeter Ansaugfläche. Bei unserem Filterkasten ist die Ansaugfläche durch das Sieb 20 Quadratzentimeter, also siebenmal mehr. Unsere Filterkaste hat auch wie der originale Luftfilterkasten einen Stopfen zum Säubern, Ablassen, Dreck ausspülen. Der Stopfen ist auch aus PLA gedruckt. Kann einfach mit, also man braucht ein bisschen Kraft an den Fingern, rausgezogen werden. Vorsichtig, nicht mit einem Schraubendreher unmäßig jetzt von innerer Seite hebeln, da bricht der, sondern leicht anhebeln von beiden Seiten, dann kriegt man den rausgezogen. Er wird gedichtet im Luftfilterkasten über den O-Ring. Der ist 12x2. Das ist derselbe O-Ring beim M500er Motor für die Kickstarterwelle. Also es ist ein einfaches Dienteil, falls er mal kaputt geht, zerreißt, mit rauskommt oder irgendwas. Könnt ihr euch einfach so einen kleinen Nullring, ein paar Cent kaufen, wieder reinsetzen, dass es dicht wird. Der Luftfilter an sich kann gewechselt werden, ausgewaschen werden. Dafür müsst ihr aber die Luftfilterklemme entfernen. Die Luftfilterklemme wird über zwei Nasen gehalten. Da ja das ist PA, das Plaste ist, ist es rombar, biegbar. Wir können also das Blech entfernen, indem wir an eben eine Nase, mit einem Daumen zum Beispiel, wie ich es mache. Etwas das Gehäuse überdrücke, an der Filterklemme anfasse und die an der Seite, wo ich die Nase nach hinten ziehe, nach oben ziehe. Damit kriege ich das Blech raus oder wie gesagt die Klemme und kann jetzt als nächstes den Luftfilter rausnehmen, auswaschen, sauber machen, wieder mit neuen Luftfilteröl benetzen, einlegen und die Klemme wieder drauflegen. Ich mache es jetzt nicht, weil der ist frisch, sauber und mit Luftfilteröl eingeschmiert, sieht man auch an den Fäden. So bekommt er den auch jedes Mal. Der ist fertig montiert, alles. Ja, das Blech wieder einsetzen, ist dann einfach unter einer von den beiden Nasen auf eine Seite drunter stecken und auf die andere Seite anlegen und mit einem Daumen oder mit einem anderen Finger runterdrücken, bis es klickt und ihr es nochmal rausziehen könnt. Wenn der Luftfilterkasten im Fahrzeug drin ist, ist es ein bisschen schwieriger. Da könnt ihr meistens nur die untere Nase nach unten drücken und mit der anderen Hand, mit der rechten, dann das Blech hochziehen, raus und den Filter rausnehmen. Es ist ein bisschen beengter, aber es geht. Der Luftfilterkasten hat in etwa dieselben Maße wie der originale. Breite, Höhe, Länge. Also es kann trotzdem das Schutzblech hinten und am Panzer montiert werden. Man kommt auch im eingebauten Zustand an den Stopfen heran, zum Ablassen oder Spülen. Der Durchmesser vom Stutzen vorne ist derselbe wie beim Original. Das heißt, ihr könnt den originalen Gummistutzen verwenden mit der originalen Schelle, wobei darauf zu achten ist, die Schelle nicht unmäßig anzuziehen. Einfach so anziehen, dass der Gummi nicht mehr verrutscht. Das Material ist jetzt auch nicht, dass man es mit Samtanschen anzufassen muss. Es ist schon recht stabil, aber übermäßige Gewalt bringt ihm zum Brechen. Dazu kommt noch, wenn ihr den Luftfilterkasten montiert habt in dem Fahrzeug und wollt die Gummimuffe aufsetzen, ist zu beachten, dass ihr den Vergaser vom Zylinder abbaut, damit ihr genug Platz habt, die Muffe von vorne sauber aufzuschieben. Weil wenn ihr die versucht seitlich oder quer reinzuwirken und ihr habt zum Beispiel noch einen alten Gummi, der schon ein bisschen hart ist, dann kann es sein, dass ihr das hier ausbrecht oder zerbrecht. Deswegen immer eigentlich den Vergaser abbauen, den Gummi von vorne sauber aufschieben. Das geht alles einwandfrei. Dann könnt ihr den weit nach hinten schieben, den Vergaser wieder einbauen und dann den Gummi nach vorne auf den Vergaser. Klemme, Klemme, fertig. Filter, wie gesagt, muss hier Kinder mehr rein, Filter ist hier außen. Also der Originale, die Filterkartusche fällt alles weg, die Feder fällt weg, das könnt ihr alles aus dem normalen Luftfilter rausnehmen. Einziges, was zu beachten ist, der Filter passt wirklich nur bei einer KN51-2, da wir den Ansaugstutzen stärker gemacht haben und bei der KN51-1 der Rahmen in keinen U-Ausschnitt hat, sondern in V-Ausschnitt. Dadurch kann der Filterkasten montiert werden, weil er dann hier gegen den Rahmen antritt. Wofür wir aber auch mal eine Lösung finden werden und auch für die KN51-1 den Turing-Luftfilter anbieten können, womit man dann schön in 63er oder 75er Zylinder fahren kann, ohne ein unmäßig großes Ansauggeräusch. Da kommen wir zu dem Punkt, warum wir uns das überhaupt einfallen lassen haben. Es geht hauptsächlich darum, dass wir kein riesiges Ansauggeräusch haben. Wer es kennt, mal einen offenen Luftfilter an einem Moped SE M50, starre Spalbe, halt gefahren, da hat man halt ein sehr starkes Rarp, so ein Ansauggeräusch. Bei der Spalbe macht es das natürlich noch schlimmer durch den Tunnel alles, leidet das Geräusch noch besser. Der Original-Luftfilter bietet kaum Luftdurchsatz. Beim 50er, ja, klappt alles. Ab 60er oder mehr ist schon keine Leistung mehr großartig zu erwarten, weil halt kann hier viel ansaugen. Meistens schweißen dann hier ein Krümmer ein, 32 Millimeter oder bohren nochmal seitlich irgendwo Löcher. Funktioniert auch, hat man aber trotzdem immer das Röhrchen. Dann gibt es noch aufwendigere Umbauten, wo man das hier alles umsetzen kann. Macht sich alles recht schwierig und man muss auch die Möglichkeiten dazu haben. Die Geräuschkulisse ist auf jeden Fall nicht wie ein offener Sportluftfilter. Ist natürlich etwas lauter als der Originale, weil wir direkt trotzdem hier das Ansauggeräusch haben. Wir haben halt auch innen probiert, eine Lösung zu finden, dass sich der Schall ein bisschen bricht vom Motor, vom Ansaug, vom Vergaser. Ja, das probieren wir euch in den nächsten Videos nochmal zu vermitteln, dass wir den Luftfilterkasten in eine Originale Schwalbe KN50-2 einbauen, mit originalem Auspuff oder halt Nachbau, Wapelzünderlage, ein 50er Zylinder, der, sag ich mal, bloß die Kanalkanten entgrade sind, also möglichst original. Das messen wir für euch ein im Prüfstand. Eben mal mit dem originalen Luftfilter, mit dem Tuning und im komplett offenen Luftfilter. Probieren auch nebenbei damit eine Schallpegelmessung zu machen, wo wir hoffentlich zeigen können oder sogar Messwerte vielleicht liefern. Wir tauschen den Motor. Wir gehen dann von 50 Kubik auf 85 Kubik hoch. Den leicht getunter, den haben wir da. Und da werden wir euch dann zeigen, wie die Leistungsentfaltung ist. Sprich, wir messen erst mal mit dem originalen Luftfilter, im originalen Auspuff, bloß im größeren Vergaser wahrscheinlich und dem 85er Zylinder. Motor ist dann auch 5-Gangetrie, das erklären wir euch alles in dem Video. Und dann gehen wir schrittweise hoch. Machen wir mal einen Sportauspuff dran, alles zeigen, was dann passiert mit dem originalen Luftfilter. Dann verbauen wir unseren Tuning-Luftfilter, zeigen euch, wie da die Leistungssteuerung ist, die Unterschiede zum originalen und vergleichen dann auch mit dem offenen Luftfilter. Zusätzlich werden wir dann auch probieren, auf dem Prüfstand wieder eine Schallpegelmessung zu machen, was wahrscheinlich beim 85er, beim Ansaugeräusch wirklich stark sich unterscheiden wird vom originalen zum Tuning und zum offenen. Wenn ihr Fragen habt, zu dem Teil gerne in die Kommentare rein.